wir schwenken einfach mal wieder ein abendschwenk obwohl ich trotz längerem überlegen mir nichts eingefallen ist was man jetzt dazu sagen könnte bisher hier war ja erstmal nur schlechtes wetter aber hier wird ja jetzt mal erkennbar wie sich das zusammensetzt das schlechte wetter und da fehlen mir jetzt wirklich die worte und ich hatte ja ein troll der meinte das könne man ganz leicht widerlegen dass es früher sowas also nicht geben hätte da hätte ich ja mal der hat sich aber leider ja verabschiedet da hätte ich den jahre mal 10 15 jahre alte aufnahmen wo so eine wolkenformation denn annähernd in irgendeiner form schon mal gesichtet wurde also so einen schönen grauen hintergrund vor grauen vorderwolken die denn von blauem himmel und rosa von einem scheiß überdeckt werden also wie gesagt da fällt mir nichts so ein da fällt mir wirklich nichts so ein wobei ja eigentlich offensichtlich am berg hier mein wolkenkocher da hängen die wolken 250 meter tief da ist richtig tiefdruck da hinten hört der auf schlagartig da ist kein tiefdruck mehr wie kommt denn dit bloß so ein ampenscher Vielen Dank.